wir kippen spirit wieder um mehr als satt bb iron was gab es denn was gab es denn zu essen auch gerade welches Also den Lachs kannst du behalten, Iron, aber Nudeln und Spinat So, nehm ich gerne Steh auf Lachs Ja, riecht so schön fischig, ne? Gute Nacht, je, je, danke In die snow Dad says I'm kind of clumsy That's an awesome costume Who's your favorite superhero? I love Power Bear Power Bear Oh man, I have the mega Power Bear You should check it out Dude, that's so cool Chris, oh god Look, I am so sorry Are you okay? Dad, I'm fine I promise Are you sure? Listen, I shouldn't Do you know them? It's okay, dad They're cool He loves superheroes Even Power Bear Ah, gotcha Hey there Are you staying with the Reynolds? Um, yeah But not for long We're just passing by I see Oh jeez, Chris You don't have any damn shoes on I'm sorry, buddy Let's get you inside I Yeah Okay, dad Thanks, guys Oh, and, uh If Claire asks Tell her everything is fine Sure Uh, no problem Cool See you around, then Thanks, guys See you later Yes, we will Daniel Did you forget everything about the rules already? Sorry, Sean Did you want me to let him fall? Really? Okay Wollen wir ihn an die Regeln erinnern? Dann nachgeben Ähm So, ich habe erstmal nur drei Meines liebsten Bilder in den Kanal reingepackt Alles klar, Kitty Ich guck's mir später an Eine Kneine Das steht nicht zur Auswahl Was richtig getan Aber die Regeln sind wichtig Und damit Nicht alles Alles erfahren Ja Also gehe ich mal davon aus Dass ich erinnern soll Kriegen wir hin I know you only wanted to help But it's too dangerous For both of us Whatever Rules are boring Yeah But it'll be worse than boring If we get busted out here Come on, Daniel Steven already saw you Using your powers Fine I'll be careful I'll never help anybody again Okay Daniel Remember that we're hiding So no training And no showing off your power Wenn der Junge auf die Kitz geht Okay Man, die ist genörgelt Peter Peter Kat Ichuro No Ich Ja Ich Ja Ich 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 Ist aber halt echt so, man sagt, nein, geh nicht rüber zu den Nachbarn, beziehungsweise, ne, das soll keiner mitkriegen, dass wir hier wohnen, bald war das die ganze Nachbarschaft. Mann, 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 Mann. Ich nie einfach mit dem Kind. Irgendwas hier zu tun. Ach ja, da macht man ja sowas noch wie in die Küche gehen. Die dürfen ja eh nicht weg. Kein Wunder, dass er sich da die Auszeit nimmt. Mal gucken geht. Steven und Claire werden freien, wenn sie wissen, dass er zu den Erikssons ging. Mhm. Gut, hier ist so weit nichts. Nein, wir rufen leider nicht an. Warum war es bei der Hälfte der Welt, wo wir sind? Okay. Tietz? Well, I guess they won't be back for at least two hours. Mh, Bungenschlafmützen, wir haben euch ausschlafen lassen, während wir in der Kirche sind. Wir sind zum Mittag erstens zurück. Bis bald. In Liebe, Oma und Opa. PS, der Weihnachtsbaum ist perfekt. Gut gemacht, Jungs. P-P-P-S, danke fürs Aufräumen. Das ist sehr lieb. Maybe I could use Steven's laptop. Nein. Nein. Wir gehen nicht an den PC. Wäre da doch gar nicht auf hier, ne? Hm. 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 Einen Schrotthaufen. Einen Schrotthaufen. Das Haus hier kennen wir. Waren wir gerade erst. Wow. Das ist eine Menge Bier. Hm. Jede Menge Bierdosen. Ach so. Daniel. What's going on here? Sean. Wait. Ja, echt. Aber da hast du schon gestartet, glaube ich, Frischuss. I know it sounds crazy. But I have a super power. You saw me yesterday. I know you did. I was flying. I can move things. Objects. With my mind. Oh. Super power. Really? Really? Yes. Mhm. Schwierig. Ja, wollen wir echt ein fremdes Kind? Ja, ja. Ja, ja. Oh, Mann. Oh, ja, wir brauchen... Team Signal. Total. Ich werde Super Wolf. Ich dachte, ich dachte, was ich dachte. Was ist dein Super Name, Sean? Kann ich ein Schocker sein? Nee, wir wollen Bösewicht sein. Ja, ja, ja. Ich bin Charles Erickson. Ich bin Charles Erickson. Ich hoffe, dass Daniel und Chris eine gefährliche Team sind. Wir besser warten, oder sie werden über die Welt nehmen. Ja. 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 Ja, und wo sollen wir die angeblich her haben? Hä? Du kleines, dummes Kind. Entschuldigung. Ich krieg mich bei das Relativ jetzt mal auf. Weil du an nichts denkst. Und wenn uns jemand sieht? Ja, Sean. Ich kann Daniel zeigen. Du kannst mit uns kommen. Bitte sagen ja. 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 Ich habe ja noch nicht mal eine Fall. Nicht eine fairer Kampf. Ich wollte das Spiel aus. Also, wir gehen. Ja. 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 Ihr seht. Dangerous. Kinder. Brutus, wir schaffen uns keine Kinder an. Die sind anstrengend. Nein. Aber... Wir schaffen uns nicht solche an. Unsere sind in Ordnung. Ohne Pelzige. Wie wollen uns noch mehr Pelzige Kinder? Wir holen uns einfach noch mehr Kaffee. Ja, du kannst sehen aus, wie die gemacht werden. Ich glaube auch. Ich weiß nicht, ob ich es mal vom letzten Mal zusammenkriege. Das ist Hate. Das müsste Schurke sein und das gucke ich auch. Ja, wir werden ganz normal und ohne Macken. Ist klar. Ja. Willst du was anderes behaupten, Iron? Oh, ich habe einen falsch geraten. Einen hatte ich falsch. Die hatte ich richtig. Ja, das ist auch ein Snowmancer. Aber er ist in der Garten. Aber sie arbeiten alle für Mantroid. Der ist der realen Supervillain. Also, wo ist er? Hügel auf seinem Schwenkland. Waiting für mich. Aber Captain Spirit und Superwolf werden sicher, dass er niemand tut. Ja. Ja. In numbers. Sounds like Mantroid ist in trouble. Just wait until he sees what Captain Spirit can do now. Yeah, about that. Um, does your dad know about any of this? Did he see something yesterday? No, he didn't see anything. And the power didn't work yesterday, after I fell. Uh, must have been too tired. Okay, good. Um, I mean, he could be pretty disturbed if he knew. I'm definitely not telling Dad. I don't want to freak him out. He's worried about other stuff, anyway. Chris, it's none of my business, but... Are you and your dad okay? Uh, what do you mean? I don't know. Um, Claire seems to be worried about you guys. Yesterday, Steven and her talked about your dad. I think they had a talk with him. Claire's always worried. We're cool. Totally. He's just... He... Has a hard time being on his own. That's all. Well... I can understand that. But I hope you know... You're not alone. Thanks, Sean. But I don't feel scared anymore. I have the power. And I have Daniel. There's the signal. Come on, Daniel. Hey! Pro tip. Don't go in there. Yeah. Aw. Okay, squad. Let's roll. You need my jacket? I don't want you catching another cold. No. I'm good. Thanks. And don't be waving your arms around when I'm dead. Don't be waving your arms around, when I'm dead. Don't be waving your arms around, when I'm dead. Don't be waving your arms around, when I'm dead. Yeah. Remember, Daniel. Kann auch nichts passieren. Nein, überhaupt nicht. Oh, jeez. Oh, ohne Witz. Wenn jemand mal Schwester auf die Ladefläche einer solchen Dings mitnehmen würde, ne? Da gibt's aber erst mal Ärger. Das würde ich nicht mitmachen. Nee. Nee. Aber nein. Derjenige könnte dann auf jeden Fall nicht mehr sitzen. Was ist denn so wahr, Kitty? Nur mal, war der Name ist ja leider. Ja, kann sonst doch passieren. So was wäre bei uns in Deutschland auf jeden Fall so undenkbar. Bei uns ist es wieder so undenkbar. Okay, buddy. Okay, buddy. You ready? Yeah. Hey. You guys go ahead and we'll come back to meet you, okay? Brothers meeting. Sure. Don't get lost. Dude, what the fuck are you doing? Mmh. Ich bin mir auf das. Auf das Texte und... Ach sooo. Ach sooo. Ja, okay. Ich dachte auf das andere. Würde, komm. Deutschland ist seit vieles Mittag, weil ja... Sag hier. Oh, komm schon. Kann ich dir nicht aussetzen? Okay. Soll er Chris die Wahrheit sagen, dass es nicht seine Zauber... Oder seine Kraft ist? Also, nicht anlügen. Oder soll er das keinem schützen? Was meint ihr? Habt die Wahl. Geheimnis behalten. Oder Chris die Wahrheit sagen. Eine Stimme für Schützen. Noch jemand eine Meinung? Noch habt ihr Zeit? Und jeder schläft zum Überblick, ey. Wie funny. Hier so zwiegespalten. Einerseits Geheimheiten, wenn zu viele werden. Aber wenn Chris denkt, dass er Kräfte hat, könnte ihm was passieren. Mmh. Mmh. Mir Wurst. Ach, Iron. Freunde lügen nicht. Das stimmt. Das stimmt. Rein theoretisch, Freunde sollte man nicht anlügen. Wir können aber auch zur Gefahr werden. Also, wir haben jetzt auf jeden Fall... Warte. Nee. Ach nee, ich kann ja nicht Rost haben. Warte. Ähm. Zwei. Nicht lügen. Einmal schützen. Und Kitty, du darfst nicht gern... ...nur scheiden. Ich weiß, es ist verdammt schwer. Aber ich hab gesagt, ich überlasse euch die Entscheidungen. Doch mit den meisten Stimmen wird gewinnert. Außer es wird enthalten. Wie lange kennen die sich jetzt? Ähm. Einen Tag? Ich glaub, die kennen sich jetzt genau einen Tag. Wie gesagt, äh, der kleine... Ich sag jetzt mal Captain Spirit, denkt ja, er hat jetzt Zauberkräfte. Ne? Wie gesagt. Ich mein, ich mein, selbst am Anfang einer Freundschaft sollte man eigentlich jemanden nicht anlügen. Rein theoretisch. Auf der anderen Seite, wie du schon sagst, sollten halt auch nicht zu viele davon wissen. Deswegen... Ne? Okay, dann haben wir zwei, zwei. Iron, willst du nicht doch ne Meinung haben? Weil ansonsten, was ich jetzt tatsächlich scheine. Das wird verdammt schwierig. Weil ich, ich bin in dem gleichen Zwiespalt wie Kitty. Weil auf der einen Seite, ja, man lügt nicht. Auf der anderen Seite kennen sie sich nicht so lange. Aber gerade wenn eine Freundschaft anfängt... Aber ihr könnt halt auch durchdrehen und das halt einfach durch die ganze Weltgeschichte posaunen, ne? Das wäre ja auch noch möglich. Keine Ahnung. Iron, das ist... Das ist der Hammer, ey. Ich hab doch auch keine Ahnung! Ich überlege gerade hin und her, weil ich nicht mehr weiß, was ich damals genommen habe. Dann haben sie normalerweise... Nicht mehr schiegen, aber die kennen sich kein Stück. Ja. Ich hab keine. Ich hab einen Kronkorken. Ich könnte eh ne Mäle Mäle Mäste machen. Aber was ist mit dem, was passiert, weil er denkt, er hat Kräfte? Ich hab einen Kronkorken nicht lügen und zahl für schützen. Ich hab einen Mäle 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 Mä Höhöhöhöh. Oh. Kitty wirft eine Münze. Ich werde für verrückt erklärt, aber mehr auch nicht. Na gut, aber jetzt stell dir mal vor, er wird in einem... Ähm... Ohne einen Unfall verwickelt. Und er stirbt oder jemand anderes stirbt, weil er halt denkt, er kann... Ne? Also, es ist jetzt mal ganz weit gesponnen. Ich weiß, es ist eigentlich blöd, dass ich so weit spinne, aber trotzdem. Ja, das ist halt so. Ich hab Kopf im Zufallsgenerator. Äh, und Kopf war nicht lügen, ne? Okay. Kopf war nicht lügen. Wenn ich verstehe, wer das meint. Es ist halt echt schwierig, aber... Gut. Zufallsgenerator. Huch. Hat sie entschieden. Dann machen wir das so. Danke, Kitty. Für... Ich glaub, ich brauch... Ich brauch dich heute noch mal ein bisschen. Du darfst heute nicht weggehen. Sowas kommt heute, glaub ich, noch zwei Mal. Es ist halt schwierig, ne? Wenn man halt auch dieses Für und Wider bedenkt. Aber ich bin halt sowieso der Mensch, ich lüge überhaupt nicht gerne. Und ich kann auch nicht lügen. Ich sag nur, Frutus zum Beispiel. Egal, ob ich eine Überraschung für ihn habe oder irgendwas plane, der weiß es eh schon. Der weiß es schon, bevor ich überhaupt alles angefangen habe zu planen. Das ist schlimm. Deswegen... Ich bin halt kein Mensch, der gerne lügt. Weder so oder noch anders. Der ganze Leben ist eine Lüge. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ich weiß, Mann. Dann wär ich ja auch gelogen. Das stimmt gar nicht. Und der Hund wäre gelogen. Ja. Also... Ja, jeinen. Lass du die Wahrheit sagst. Eigentlich hat er mich gar nicht zu suchen. So nicht. Also doch eigentlich schon, aber... Ne? Ich muss aufs Klo. Ja. Leider, ich muss aufs Klo. Mhm. Mhm. Ganz, ganz viele Bäume. Jo. Aber ich bringe einmal ganz kurz das Geschirr hoch. Das hab ich nicht aufgegeben. Bin ganz kurz pinkeln. Ja. Halt! Ja. Ja. Jetzt. Aber ich switch dich wieder raus. Jetzt. Ja. Ja, wie ist das. Ja. 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 Dann.